Fuckin! Mensch, du warst das Treppenhaus mal wieder versüfft, du klasse Arbeit. Ach, du könntest auch mal deine Füße abputzen, wenn du unten aufstehst. Ich bring sie um. Es wird Zeit, dass sie den Aufzug reparieren. Ungeheuer auf Rädern, alte Teufel, ich bring dich um. Wovon redest du? Es wird Zeit, dass sie den Aufzug reparieren. Weil, woher die alte eigentlich gewusst hat, dass das Treppenhaus so versüfft ist, die kommt ja mit dem Rollstuhl gar nicht dahin. Jetzt komm mal her und zieh dir das mal rein. Was? Ich soll die Treppen nochmal wohnen? Nein! Nein, das tust du sowieso immer! Ja? Das kannst du dann später tun! Jetzt mal auf, hör zu! Sehr geehrte Herren! Nachdem uns die Klagen von Frau Schlagzahn, ihres Pflegefalles, bekannt geworden sind, enttellten wir, wie Sie wissen, einen Beauftragten, der die Zustände in ihrem Haushalt beprüfte. Da ist der Ichchi, der Kurswaldauer. In vielen Punkten konnte sich unsere Sorge ihrer mangelnden Pflegebereitschaft als gegenstandslos erweisen. In einigen anderen Fällen jedoch bitten wir Sie, die nach Folgen aufgeführten Mitstände abzuschaffen. Bei Nichtbeachtung unserer Meinung ist mit dem Entzug des Pflegefalles zu rechnen, was eine totale Sperrung der Leistung und zusätzliche Folgekosten für Sie nach sich ziehen würde. Sie überbleiben aber in der Annahme, dass von Ihnen in allen aufgeführten Mängeln Abhilfe geschaffen wird und seichern Ihre Kaltas, Hain und Altenzeit. Jetzt mach ich Sie fertig. Sie ist jetzt so hier. Tankhaumschen Knast? Ja! Und wenn, entweder die lassen uns gar nicht rein, und wenn, dann sang und kleinlos verschwinden. Nein, nein! So höre mal einen Plan! Sie zu vergiften! Nein, nein, nein! Lass erst mal schauen, was da aufgelistet ist. Zu laut! Ich kann meine Platten ja schon nicht mehr hören. Das war sicher immer doof, wenn du besoffen in die Statue rein willst! Fuck! Fuck! Oder... Na, na, na! Blaue Flächen, blaue Flächen! Die hab' ich! So wie die um sich schlägt, wenn ich sie wasche! Vergiss es! Nein! Herr Weinblatt! Sie bei der Obduktion, Sie zu vergiften, würde uns nachgewiesen werden bei der Obduktion. Sie die Treppe herunter zu stoßen oder sie in der Badewanne zu ersäufen. Ähm, klären wir uns wegen Versäumnis der Aufsichtspflicht teuer zu stehen! Sie draußen in der Öffentlichkeit umkommen zu lassen! Auch zu gefährlich! Ihr Luft in die Wehen zu spritzen oder, äh... Sie mit einem Kissen zu erstecken! Und wieder nur die Kriminalmediziner auf den Plan hofen! Mit denen leg ich mich erst gar nicht erst an! Öffentlichkeit ist blöd und einen gedocktenen Mörder können wir uns eh nicht leisten! Hör auf damit! Das ist mir zu gefährlich! Du kannst ja auch, du kannst ja auch mit ihr auf dem Beifahrersitz gegen einen Baum fahren! Erstens, hab ich keinen Würderschein mehr! Zweitens, nur sollen mir ein Auto stehen! Und drittens, sind heutzutage die Bäume auch schon geschützt! Alte muss weg! Sie ist unser Ruin! Wenn alles ausschaut wie ein Unfall, für den wir nichts können, werden Sie uns nach einer gewissen Zeit einen neuen Pflegefall verteilen! Einen viel sympathischeren als dieses Monster, das wir gerade durchführen! Ich habe, ich habe den Dichtungsring vom Backherd getürkt! Wird oben gekocht! Strömt unten Gas aus! Im geheimen Moment! Wenn Sie sich vor dem Backherd befindet und wir uns am Türstock... Was gibt's denn mit? Hey, hey, hey! Der nagelneue Teppich vom Flohmarkt! Wenn die Alte das wiedersehen! Aber Explosion... Man, was sagst du von Explosion? Das ist mir zu gefährlich! Hey! Das krieg ich auf die Reihe! Ich hab alles... Ich hab alles genau ausgerechnet! Wir werden die Alte überreden, uns was Gescheites zu kochen! Selbstverständlich wird sie uns zu Hilfsarbeiten heranziehen! Ähm, die Küche ist viermal... Facken! Viermal vier... Quadratmeter! Also 16 Quadratmeter! Wenn wir das Gas nur 50 Centimeter aufsteigen lassen, dann ergeben wir das ein Volumen mit eingerechnet, ähm, das was ins Wohnzimmer abströmt... Achtung, ich bitte! Auf... Nach... Genau! Fünf Minuten! Dann gehen wir mit drauf! Dann gehen wir mit drauf! Nach genau fünf Minuten musst du am Türstock stehen! Und wie soll man denn erklären, dass wir nicht mit draufgehen? Äh... Ja, ja, ja! Ich musste den Kompost runtertragen und habe den Schlüssel vergessen und du musstest mir öffnen und... Während dieser Zeit hat die Alte allein versucht den Gasherd anzuzenteln! Hm! Ohne mich! Nein, Harry! Ohne mich! Harry! Ich wäre gut gewesen. Taksi! Taksi! Die Zeiten für die vielen alten Leute müssen sich noch mehr bescheiden bis fast zur Unmöglichkeit. Wir sind die letzten Rentner, verlass wie tausend Zentner für den Staat. Wir sind die letzten Rentner, verlass wie tausend Zentner für den Staat. Schluss ist mit dem schönen Leben, Sparen ist nun angesagt. Reisekur wird's nicht mehr geben, wird aufs Land nimmerlein vertragt. Bald fallen Opa Oma, kaputt gepflegt ins Koma und dann ins Kraft. Bald fallen Opa Oma, kaputt gepflegt ins Koma und dann ins Kraft. Alte Leute wird's immer geben, macht es euch nicht allzu leicht. Rentner bleibt am Leben kleben, auch wenn ihr uns die Mittel streicht. Und gebt ihr uns kein Brot mehr, dann werfen wir mit Brot mehr ins Gesicht.